Rechner auf den gleichen Stand bringen. Und zwar erstens einmal Authacity eröffnen, das ist dieses Programm, dieses Musikbearbeitungsprogramm und zweitens die Dateien, die wir bearbeiten wollen, installieren. Dazu geht jetzt ein Stick rundherum, wo diese Dateien oben sind. Und das dauert, dass wir kopieren. 2,4 Gigabyte. Also die Dateien, die Sie jetzt zu Übungszwecken hinaufladen sollen, haben 2,4 Gigabyte. Und es wundert mich, wann das so lange braucht. Du kannst du dem Herrn bedürfen. Wir haben versucht, eine Zieb-Tatei. Der Wolfgang hat das gezäbt und über den Server. Mit E-Mail kann ich es euch auch nicht checken. Es dauert ein Jahr. Jetzt ist es soweit. Das habe ich befürchtet, dass das möglicherweise nicht der Fall ist. Das ganze Lehrprogramm ohne Lautsprecher ist ein bisschen schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber... Naja, das wird wahrscheinlich bei Oli downloaden, wird das länger dauern. Aber das ist halt nur noch nicht fertig. Dann würde ich sagen, dass ihr trotzdem mit den Sticks weiterarbeitet. Wir werden dann diese Dateien später verwenden. Und jetzt gehen wir auf das Arbeitsprogramm. So. Ich habe schon begonnen, mich vorzustellen. Also mein Name ist Herbert Buschnig. Ich bin in Pension, war zum Schluss im Bundesministerium für Finanzen beschäftigt, zuständig für Personal in der Steiermark und im Kärnten. Und habe aber ein Hobby und das ist Singen und Gitarre spielen. Und dazu brauche ich, um mich vorbereiten zu können, immer eine Selbstkontrolle. Und zu dieser Selbstkontrolle habe ich ein Programm gehabt, einmal das hat Magix geheißen. Lief unter Windows, musste aber immer wieder abgedatet werden, musste gezahlt werden. Und dann habe ich einmal die Umstellung auf Linux. Ich habe viel Herzblut dabei verloren. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich Linux ein bisschen kann und Audacity auch verstehe. Und jetzt auch sogar Facetten entdeckt habe, die in Audacity möglich sind, aber im Magix nicht. Und das gibt mir besondere Freude. Und daran möchte ich Sie teilhaben lassen. Vor einem Jahr bin ich noch so wie Sie herumgesessen und habe mich geärgert, weil das Audacity einfach nicht geht und nicht das tut, was ich will. Und das möchte ich Ihnen ersparen. Daher der heutige Audacity Workshop für Anfänger, dass wir einfach diese Probleme gleich am ersten Tag lösen. Von der Installation, das brauchen Sie nicht, weil das ist ja schon alles installiert. Aber ich kann Ihnen sagen, der einfachste Weg zu installieren ist, man geht in den Internet Explorer und sucht Audacity Download. Nur eine Frage, ist das geabsichtigt, dass du das nicht gleich aus einer Repository von der Distribution nimmst? Oder ist der Weg nicht bekannt? Der ist mir nicht bekannt. Also ich bin hier für Anfänger oder so wie ich es gemacht habe. Also ich bin jetzt nicht im Netz. Daher haben Sie gesehen, kein Download möglich. Installation ganz einfach, Download drücken und es wird installiert. Anders habe ich es bei dem Herrn in der letzten Reihe damals, jetzt die Installation über Ubuntu vorgenommen. Über die Softwarehilfe. Der Stick ist frei. Der nächste Punkt. Nutzen Sie die Hilfe, und zwar Hilfe hier im Programm und der Handbuch, das leider nur in der englischen Sprache verfügbar ist. Zumindest nach meinen Recherchen habe ich es nicht anders gefunden. Und zwar sehen Sie das Handbuch unter Schauen Sie sich den Inhalt online an. Geht wieder jetzt nicht, weil ich nicht online bin. Oder doch? Doch, scheinbar geht's. Gut, also da ist das Handbuch über alle Funktionen in englischer Sprache. Und jetzt sind wir schon bei der Benutzeroberfläche. Auf Deutsch gibt's das nicht. Sie haben jetzt nicht die Benutzeroberfläche. Ich glaube aber, am Stick habe ich Sie als GPEG-Datei. Vielleicht können wir es so machen, dass wir hier die Benutzeroberfläche anschauen. Und hier haben wir, sehen Sie den Mauszeiger? Ja, hier oben haben wir die Erklärungen zu den einzelnen Funktionen. Aber wir haben verschiedene Bereiche. Hier haben wir leider in Englisch, Sie haben es aber in Deutsch, in Ihrem die Menü. Menüs von Datei über Bearbeiten, Transport über Effekte. Dann haben Sie das ganz Gleiche, was in den Menüs zu haben ist, auch hier in der Symbolleiste. Wenn wir weiter hinunterschauen, haben wir eine Zeitleiste, die Timeline. Hier sehen Sie, wie lang das Musikstück dauert oder wie eine einzelne Sequenz Zeit in Anspruch nimmt. Dann haben wir links unten die Nummer 13. Hier ist das Spurenmanager. Hier wird jede Spur entweder laut gestellt, leise gestellt oder auch der Spurname vergeben. Und hier haben wir das Herzstück. Das ist die Spur, der Spurenbereich. Und hier sehen Sie eine Stereospur. Also oben der linke Kanal, unten der rechte Kanal. Das Ganze lässt sich auch in einem Monokanal zusammenfassen. Nun schauen wir uns das aber in Ihrem Programm an. Schließen. Ich schließe jetzt die Hilfe. Und hier möchte ich jetzt einmal irgendetwas tun. Und zwar werden wir testen, ob Sie überhaupt ein Mikrofon hier eingebaut haben. Weil ohne Mikrofon können wir die erste Übung gar nicht machen. Sie drücken einmal auf den Aufnahmeknopf. Das ist der rote Knopf. Und dann beginnt ein Zeiger zu laufen. Bei mir nimmt er jetzt den Ton auf. Probieren Sie es jetzt. Ich drücke auf die Stopptaste. Das ist das rechte. Dann hört der Zeiger an zu laufen und die Aufnahme ist gestoppt. Probieren Sie einmal, ob bei Ihnen ein Mikrofon funktioniert. Das heißt, wir sind ganz schwer gehandicapt in unseren Übungen. Das heißt, wir haben den Lautsprecher das Mikrofon lauter gemacht und sicher geht's. Sie haben das Mikrofon lauter gestellt. Aha. Bitte. Wenn du das... Das Mikrofon lauter stellen, okay? Ja. Rechts oben gibt es so ein Lautsprecher-Symbol und wenn man da draufkommt, gibt es das Mikrofon. Das kann man lauter und leiser stellen. Genau. Ist es auf Maximum gestellt oder so? Nein, es ist auf zwei Minuten. Ich bin ja überall auf Maximum. Ja, überall. Eins, zwei. Eins. Oh ja, Anzeige habe ich. Eins, zwei. Aha. Aber ich glaube, das ist nur Hintergrundrauschung. Das ist nur... Nein. Ach so, nein. Das ist es nicht. Dann bitte in den Einstellungen. Man kann das in den Einstellungen... Nein. Er zeigt nichts an. Das ist die Wieder... Sie haben jetzt den Ein... Da ist gar kein Mikrofon. Ja, ja. Er zeigt gar kein Mikrofon. Okay. Funktioniert es bei irgendjemandem von Ihnen? Ich weiß nicht. Ist das jetzt... Nimmt ja da was auf oder ist das Skalierung jetzt? Eins, zwei... Nein. Nimmt nichts an. Also da müsste ein Ausschlag sein. Nein, okay. Also bei den meisten warten wir, bis der Herr wiederkommt. Vielleicht ist es nur eine Einstellungssage, weil das bei dem Gerecht... Nein, er nimmt ja noch trotzdem nichts auf. Es scheint nur rauschen zu kommen. Aha, okay. Gut. Dann gehen wir davon aus, dass wir diese Möglichkeit nicht haben. Jetzt müssen wir, anstatt hier jetzt selbst eine Tontatei zu generieren, machen wir einmal jetzt einen ersten Schritt. Wie können wir das Ganze wieder löschen? Da gibt es eine ganz faszinierende Taste, die ist da oben und heißt rückgängig. Sie drücken auf diese Taste und der letzte Befehl wird retourniert. Ist noch immer, dann noch einmal drücken. Dann sind zwei Befehle gewesen. Es wird nur immer der allerletzte Befehl. Und wenn ich rechts davon den Pfeil nach rechts anklicke, dann wird der Zustand der vorherige wieder hergestellt. Also wir gehen wieder zurück. Das heißt, wir werden jetzt eine Aufnahme hereinholen von woanders. Das heißt, wir gehen in den Dateimanager und suchen den Ordner, den Sie jetzt kopiert haben. Linux-Tage und nehmen eine Musik zum Schneiden einmal, den Ordner. und da habe ich drei Dateien und nehmen eine Aufnahme aus einer Messe, wo Gesangstücke und Nicht-Gesangsteile vorkommen. Da drücken wir mit der rechten Maustaste hin. Da erscheint bei mir mit Auticity Öffnen. Haben Sie auch sowas? Öffnen, das war Musik zum Schneiden, oder? Das war Musik zum Schneiden, ja? Genau. Die Messe Teil der Uraufnahme. Und jetzt ist das Ganze, wenn man wieder auf Auticity geht, rechts, links bei diesem Kopfhörer-Symbol, dann öffnet sich diese Aufnahme. Aufnahme. Sie hören es leider nicht. Jetzt kann ich nur hier, vielleicht kann ich hier laut stellen, dass Sie mithören können. So, jetzt kommt die nächste Funktion, der Startknopf. das ist dieser Knopf. Das ist dieser Knopf. Also, abspielen. Und da gehört Sie, Herr Körserbeck? Ich habe den eigenen Punkt schon Lautsprechung eingefallen. Hören Sie es? Ja. Ja, Herr Körserbeck ist da her. Ja, das wäre super. Super. Okay, eine Damenstimme. Wer hört nicht? Dann würde ich bitten, die ganze Reihe hier hört nicht. Ich habe da einen Lautsprecher-Test, da tut sie gar nichts. Ah, da tut sie nichts. Aha. Okay. Gut. Dann müssen wir die, die einen Lautsprecher haben, was werden wir jetzt machen? Wir wollen zwei Musikstücke, die hier drinnen sind, separieren und in einer gesonderten Datei abspeichern für andere Zwecke. Wie machen wir das? Wir schauen einmal, wo der Anfang und das Ende ist. Ich spiele einmal. Jetzt läuft der Körser. Jetzt hört man das Geräusch in der Kirche. Dann fängt die Gitarre an. Und wenn ich will, dass die Gitarre auch dabei ist, gehe ich einmal auf Stopp und gehe mit dem Cursor dann. Vorher mache ich das noch mit dem, da gibt es ein Plus neben der Uhr, nehme ich die Spuren einfach breiter, damit ich einen besseren Zugriff habe. Und ich fahre mal hier mit dem Cursor dazwischen hinein und schaue, ob ich hier richtig bin. Jetzt habe ich getroffen den Anfang. Ich markiere einmal das ganze Stück und mache es aber auch dann, weil ich nicht alles auf dem Bildschirm bekomme. Und jetzt sehe ich, wo wird das Lied voraussichtlich aufhören. Da werde ich jetzt die Markierung mit diesem Trick weiterziehen. Ich fahre zum Ende der Markierung. Der Cursor verwandelt sich in einen weißen Pfeil und ich schiebe das Ganze bis zum voraussichtlichen Ende. Jetzt habe ich das Musikstück einmal markiert und jetzt möchte ich irgendwas damit tun. Ich möchte es in eine Datei umwandeln. Das heißt, ich wende jetzt etwas an, was nur in Audacity geht, aber nicht in Magix. Ich mache jetzt eine Markierung, dann ziehe ich das mit der Maus rüber. Dann habe ich diesen bisschen dunklen Bereich. Ja, aber jetzt gebe ich diesem Bereich einen Namen. Und das ist mit Spuren. Wir klicken Spuren an und da unten gibt es ein Feld, das heißt Textmarke bei Auswahl hinzufügen. Ich drücke auf das und sehe, es wird eine eigene Zeile gebildet. Das ist die Textzeile und wir nennen dieses Textstück jetzt mit irgendeinem Namen. Hat jemand das Musikstück erkannt? Ja, ich weiß auch nicht, was es heißt. Sagen wir, weibliche Singstimme. Nennen wir sie weibliche Singstimme. Singstimme. Und auf die Ender drücken, damit ist dieser Fall abgeschlossen. Also nicht ganz abgeschlossen, jetzt ist einmal die Schrift. Man kann es jederzeit ändern. Wo speichert er der Signus? Noch nicht. Ist noch nicht so weit. Danke, aber das ist eine interessante Frage. Ich kann das Ganze natürlich, jetzt kommt eine Frage, ich bin gleich so weit, das Ganze verschieben. Ah, noch jemand? Stick? Ah, schon ist fertig. Das ist die erste erfreuliche Meldung. Ich kann hier das redigieren. Ich kann aber auch das Ganze verschieben. Und zwar, da gibt es zwei Verschiebemöglichkeiten. Den ganzen Bereich, aber auch nur einen Teil. Und wenn ich einen Teil verschieben will, dann muss ich die Innenseite dieses Objektes angreifen. Dann kann ich das verkürzen. Entschuldigung, was macht das für einen Sinn, die Zuordnung zum oberen Teil aufzuheben? Zum oberen markierten Teil? Ah, wenn ich nachgehört, hierbei, ich tue es ja kontrollieren. Ich kontrolliere, ich spiele es jetzt ab. Dass ich genau dann bei diesem Punkt, wo es aus ist, auf die Pausetaste drücke. So, jetzt habe ich auf die Pausetaste drückt, der Cursor, der ist erkennt. Der ist jetzt nachher. Und daher korrigiere ich das jetzt und schiebe es jetzt dorthin. Also für nachträgliche Korrekturen. Das ist nicht immer synchron sozusagen mit dem oberen markierten Bereich? Nein, es ist immer. Es ist ganz synchron. Und ich habe nur jetzt, den Anfang habe ich genau gemacht, den Schluss aber noch nicht. Den habe ich jetzt redigiert. Könnte ich den Anfang auch noch verschieben oder so? Bitte? Könnte ich den Anfang auch noch? Geht auch, ja. Bitte stellen Sie solche Fragen, die sind ganz wichtig. Ich kann auch den Anfang verschieben. Okay. Das heißt, wenn ich die Gitarre nicht erfahren möchte, wo ich draufkomme? Genau. Oder ich will nur die zweite Strophe haben. Ja. Oder die lange Pause will ich nicht fahren oder so? Ja. Die will ich sowieso nicht haben. Die kommt jetzt auch weg. Wir schauen uns das nächste Stück analog an. Daher gibt es jetzt einen Trick und das ist auch super. Aber wenn ich die Wiedergabe starten will, dann fahre ich zur Timeline hinauf und da wird der Mauszeiger zu einem Händchen. Und dort fand, wenn ich dieses Händchen auslasse, beginnt schon die Musik an dieser Stelle wiederzugeben. Die Musik Wiedergabe an dieser Stelle. Also probieren Sie das einmal. Das Händchen. Aber wenn Sie jetzt auf die Stopptaste drücken, geht der Cursor wieder an die alte Stelle zurück. Hier ist er jetzt. Und er würde auch wieder hier anfangen, wenn ich die Wiedergabetaste drücke. Das heißt, Sie haben jetzt zwei Wiedergabemöglichkeiten gesehen. Die erste ist mit der Wiedergabetaste, wie beim Kassettenrekorder. Dann haben Sie gelernt die Stopptaste. Was wir noch nicht gelernt haben, ist jetzt die Pausentaste. Ich probiere die Pausentaste aus. Wo bleibt der Cursor stehen? Dort, wo die Pausentaste gedrückt ist. Und dort kann ich auch weitermachen. Aber wenn ich jetzt auf Stopp drücke, geht der Cursor wieder an die ursprüngliche Position zurück. Das ist etwas lästig. Dafür gibt es auch einen Trick oder dagegen. Und zwar, ich beginne wieder mit der Wiedergabetaste und drücke dann Umschalten und A. Umschalten und A heißt, dass der Cursor dort an der Stelle stehen bleibt jetzt. und dass er auch dann von dieser Stelle wieder weitergeht. Also ich beginne mit der Wiedergabetaste und drücke Umschalten und A. Er bleibt stehen. Bitte umschalten und A drücken. Hat es funktioniert? Ja. Und jetzt ist er genau an dieser Stelle stehen geblieben. Und wenn ich jetzt die Wiedergabetaste drücke, dann geht er genau von dieser Stelle weiter. Das sind Feinheiten im Transport. Schneller. Wenn wir gleich die Transportleiste weitermachen, dann haben wir die Rücktaste. Da steht die in Deutsch da an den Anfang springen. Also die Home-Taste. Und die andere ist ans Ende springen. Das war jetzt zwischendurch Transportkontrolle. Wir gehen jetzt weiter mit dem Musikstück, dem zweiten, und wollen das auch markieren und in eine Datei bringen. Daher fangen wir hier einmal an, wo wir sehen, hier könnte ein Ton sein. Beginne ich. Okay, die Gitarre fängt hier an. Also ich mache es heute nicht so genau, wie es im Studio machen würde. Ich sage, hier beginnt die Gitarre und markiere das bis zum Ende, weil hier ist sicher nicht der Schluss mit aufgenommen. Ich habe jetzt wieder eine Markierung vorgenommen und möchte dieses zweite Stück auch in einer Datei abspeichern. Was mache ich? Was mache ich? Wer weiß das noch? Für Spuren und Textmarke. Spuren und Textmarke bei Auswahl 5. Sehr gut. Und ich glaube, das war ein Chor. Nehmen wir Chorstimme. Chorstimme und die OK-Taste. So, jetzt muss ich aber die Markierung aufheben. Die Markierung wird aufgehoben, indem ich irgendwo hinklicke, in ein Feld, wo keine Markierung ist. Damit ist die Markierung aufgehoben und jetzt möchte ich das speichern und da gehe ich auf Datei. Was will ich jetzt? Ich habe hier mehrere Möglichkeiten zu exportieren. Eine einzelne Spur oder ein einzelnes Lied zu exportieren, da wähle ich Ton. Wenn ich die ganze Datei exportieren will, dann wähle ich Ton exportieren. Wenn ich nur einen markierten Abschnitt exportieren will, dann ausgewählten Ton. Textmarken exportieren, das habe ich noch nicht gemacht. Aber jetzt kommt das, was wir brauchen. Mehrere Dateien exportieren. Wir klicken auf mehrere Dateien exportieren. Es erscheint ein Fenster, wo wir als erstes einmal unseren Zielort auswählen müssen. Der Zielort wird bei Ihnen sein Linux-Tage 2017. Bei mir ist es etwas anderes, weil ich von meinem Notebook, ich habe das auf Computer, aber auch Linux-Tage 2017. Und da habe ich für Sie vorgesehen einen Ordner Übungsprojekte. Und dort werden wir einmal grundsätzlich diese zwei Liedstücke abspeichern. Wir klicken auf Öffnen. Was jetzt wichtig ist, dass hier Erzeuge-Dateien anhand von Textmarken, dass das bei Ihnen angeklickt ist. Übungsprojekte, genau, ja. Okay, und da öffnen. Ist schon da, super. Wie ist es jetzt, mehrere Dateien exportieren? Ah, mehrere Dateien exportieren. Genau, und was ist da angeklickt? Da, die Datei, also das Verzeichnis auswählen. Okay, das passt gut. Und dann da unten Textmarke. Das ist auch schon angeklickt. Okay, bei Ihnen geschafft. Bei Ihnen? Mein Problem ist, ich habe noch nicht Audacity installieren können. Ich habe da Schwierigkeiten mit meinem Schreiben. Sorry, trotzdem tapfer, dass ich da bleibe. Wie geht's Ihnen? Ja, also ich habe schon markiert. Ja, super. Dann, wer wagt den nächsten Schritt? Exportieren. Was für Format? MP3? Also, MP3, bitte. Entschuldigung. Bei mir steht da nichts. Profis. Profis. Vorgegründet. Okay. Und da sehen Sie schon, hier können Sie Informationen hineingeben. Metadateien heißt das. Und dann auf OK drücken. Das wird jetzt zweimal der Fall sein, bei zwei Dateien. Und dann OK, wenn Sie exportiert sind. So, jetzt haben wir mal... Gibt es noch Fragen jetzt dazu? Weil ich komme zum nächsten Thema. Das war einmal Benutzeroberfläche. Wir schauen in die Werkzeugkiste. Wenn ich das richtig verstanden habe, da ist die Dateien genau, die Abschnitte, die wir vorher markiert haben... Die sind genau dort. Bitte das Kontrollen. Ja, schauen Sie es einmal an. Bitte kontrollieren. Das mache ich auch immer. Ich habe so viele Fehler schon geträgt. Wenn ich kontrolliert habe... Und zwar können Sie es mit Videos zum Beispiel öffnen. Also ich sehe, ich höre schon einiges. Gut, dann schließen wir die Kontrolle ab. Und wir lernen jetzt ein neues... Nochmal. Einen neuen Schritt kennen. Das ist... Wie bringe ich das weg ohne die Rücktaste? Eine Funktion kennen Sie schon, die Rücktaste. Aber wie bringe ich das weg? Wie bringen Sie das weg? Das Bild da. Also diese Spuren. Ich klicke einfach in den unteren Bereich des linken Kastens. Hier ist irgendwo ein Laserpointer. Danke. Das ist der Sinn eines Workshops. Dass Beiträge kommen. Also Datei neu wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Ich klicke daher. Daher ist der ganze Spurbereich markiert. Also in diesem Bereich klicken. Und dann gehe ich auf Spuren. Und welche Zeile wird sein, Spur oder Spuren entfernen. Okay, jetzt ist noch eine Spur da. Die Textspur ist übrig geblieben. Das Gleiche. Oder jetzt brauchen Sie, glaube ich, gar nichts tun. Weil wenn nur eine da ist, dann tut er ja alles entfernen. Das ist X vor der Spur. Nein. Das muss man markieren. Spuren entfernen. Okay. Und wofür eine Spur entfernen? Wie war das gegangen? Wenn wir zwei Spuren ausführen. Machen wir eine neue Spur. Es gibt auch eine Funktion. Neue Spur zahlen. Dann folgt eine Monospur. Ich nehme eine Monospur. Das ist platzsparender. Spuren entfernen. Spuren entfernen. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie ist markiert, weil sie ist grau. Wenn ich sie jetzt entferne, Spuren entfernen, dann ist sie weg. Noch Fragen bis jetzt? Dann gehen wir zur Werkzeugkiste. Die ist da unten. Die ist verschiebbar. Die ist verschiebbar. Die hat einige wichtige Funktionen. Drei kenne ich davon. Ich kenne nicht alle. Das eine ist dieser I-Träger. Also das I. Das ist der Modus, in dem wir bisher gearbeitet haben. Das ist der allgemeine Modus. Der zweite, der heißt Hüllkurve. Damit kann man ein Musikstück in der Lautstärke verändern. Und zwar nicht das gesamte Musikstück, sondern Teile des Musikstücks. Man kann es gleitend verändern. Und das dritte, das ich Ihnen zeigen will, das ist das Verschiebewerkzeug, wo man einzelne Teile eines Musikstückes verschieben kann. Das werden wir jetzt anhand eines Beispiels anschauen. Wir importieren irgendetwas. Und zwar Datei importieren. Und da verwenden wir gleich die MP3-Dateien, die wir... Was ist der Unterschied zwischen Öffnen und Importieren? Öffnen ist ein Projekt. Bei Öffnen wird ein ganzes Projekt geöffnet. Bei Importieren eine Datei. Importieren. Also meistens wird es Ton sein. Und da schauen wir jetzt diese beiden einmal ein. Dann tun wir die Damenstimme importieren. Dann muss ich wieder suchen. Ich habe nämlich Computer, Linux-Tage, Übungsprojekte, weibliche Sinkstücke und Öffnen. Jetzt machen wir aus dieser Stereospur eine Monospur. Und daher gehen wir auf Spuren, Stereospur in Mono umwandeln. Das ist ein wenig der Übersichtlichkeit. Übrigens, die Qualität ist natürlich MP3 nicht so gut wie in Wave. Wave ist eine sehr gute digitale Möglichkeit, Musik wiederzugeben. Kommt nahe an Hi-Fi ran. Aber Hi-Fi ist eben analog. Aber MP3 ist sparsam und lässt sich auch mit E-Mail verschicken. Jetzt machen wir eine neue Spur auf. Gehen auf Spuren und erzeugen eine neue Spur. Also, da fragt er wieder eine Monospur. Eine Monospur. Okay. Was wir jetzt einmal das Einfachere kennenlernen, wir sind jetzt in diesem I-Modus, wo der Mauszeiger einzeigt. Bei Ihnen wird da weibliche Sinkstimme und Rundspur angezeigt und gehen. Bei mir fehlt das. Bei mir steht da kein Text. Das müsste, hier ist der Name, der Spurname, der wird automatisch übernommen von der Datei. Den kann man auch verändern. Aber mir wundert es, dass bei Ihnen nicht... Bei mir ist es auch nicht wahrscheinlich eine Einstellung. Nein, auf jeden Fall. Vielleicht ist das in den Einstellungen... Gibt es jemand, hat jemand hier auch diese gelbe Schrift? Da steht es. Aber die gelbe Schrift ist nicht. Könnte in den Einstellungen... Tut mir leid, müsste ich suchen. Kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht weiterhelfen. Das ist kein Fehler, sondern nur eine Einstellung. Sicher nur eine Einstellung. In den Bearbeitenden Einstellungen gibt es Programm-Oberfläche und dort gibt es eine Checkbox für Spurname in der Wim-Fanzeige. Danke. Freut den Vorhang. Und wir haben jetzt dieses Stereospur-Fahrer in den Monospur ausgemacht. Ja. Wie ist das gegangen mit Spuren? Ah, Spuren, Stereospur in Monospur umwandeln. Ich klicke es nur einmal an. Danke. Ah, das ist jetzt nicht unterlegt. Nein, ich habe schon dann unterlegt. Ja, es ist nur dann unterlegt, wenn eine Stereospur da ist. Und das macht man, wenn man die Qualität erhöhen möchte? Nein, die Qualität wird dadurch nicht erhöht. Die wird eher verschlechtert, weil aus Stereo wird ein Monomix gemacht. Das wird nur... Es ist leichter zu bearbeiten. Und zum Vortragen ist es leichter, wenn ich nur mit einer Spur arbeite. Bei mir ist die Qualität nicht so im Vordergrund, weil ich dieses Programm nur zum Üben brauche. Und da ist es nur wichtig, ob der Ton in der richtigen Höhe ist. Aber in der Qualität ist das nicht entscheidend. Also heute geht es nur um Veränderungen, um gewaltsame Veränderungen als Musikstück. Und so eine gewaltsame Veränderung werden wir jetzt machen. Wir nehmen hier die erste Strophe heraus. Jetzt nehme ich eine Annahme. Ich nehme hier an, bei 1,35 circa wäre die erste Strophe aus und setze den Cursor dorthin. Dann markiere ich... Sie sehen, wenn ich mit der Maus hinfahre, wird der Pfeil wieder weiß. Und ich kann hier markieren, soweit ich will. Ich gehe jetzt bis zum Anfang. Markieren heißt, ich will etwas mit diesem Objekt, das sich jetzt gebildet hat, tun. Und jetzt das Programm, das Verschiebewerkzeug. Ich glaube, es ist auch F3. Ich probiere mal F3. Nein, F3 ist es nicht. F4? Nein. F5? F5. Also dieses Verschiebewerkzeug braucht man nur anklicken. oder F5 drücken. Und ich kann mit diesem Teil... Sorry. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Möchen. Ich habe das nicht zerschnitten. Der erste ist noch immer ein Stück. Jetzt hat er das Komplette heruntergetragen. Ich muss das vorher zerschneien. Das heißt, ich muss wieder zurückgehen auf diesen I-Träger oder F1. Und hier den Cursor hersetzen. Das ist jetzt schwer. Ich muss die Markierung aufheben. So, jetzt habe ich den Cursor dort hingesetzt an die Stelle, die ich trennen will. Und trennen, gibt es eine Bearbeiten-Möglichkeit? Oder... Ich tue es immer mit einer... Ich tue es mit dem... Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, aber mit Steuerung und I wird das getrennt. Probieren Sie die Steuerung und I. Es ist irgendwo im Bearbeiten drinnen. Im Moment fällt es mir nicht ein. Bitte? Bearbeiten, Clip, Grenzen, auf Deutsch, und dann Clip, Trennen. Clip, Grenzen. Nein, ich habe doch... Cursor setzen, bearbeiten. Und bearbeiten. Der Unterteil begrennen. Kein Ton-Datei begrennen. Der Unterteil begrennen. Ah ja. Der Unterteil trennen. Ja, da steht die Steuerung nie. Der Unterteil steht ja hinten. Ah, da hast du auf Deutsch geschaut, das ist komisch. Danke. Das ist mir gar nicht bewusst. Ich habe immer seit, es ist jetzt eine Änderung erfolgt bei Linux, und zwar von 2014 auf 2016, und da hat sich auch das Auticity wunderbar auf positive Weise mit verändert. Scheinbar ist das, seither habe ich es nicht mehr gesehen. Ich habe immer mit Steuerung I gearbeitet. Okay. Und jetzt probieren wir jetzt mit F5 oder das Verschiebewerkzeug. Und jetzt geht's. Jetzt kann man diesen Teil in eine andere Spur versetzen. Das kann auch die obere Spur verschieben, hin und her. Wie ist mir beliebt. Wichtig ist immer, in dem Fall ist gar keine Markierung notwendig. So wie Ihnen was Falsches gesagt vorher, zuerst markieren. Das ist für dieses Werkzeug nicht. Der packt immer das ganze Objekt an und verschiebt es. Okay. Jetzt werden wir wieder das ganze Lied wiederherstellen, mit der Rücktaste. Muss man ein paar Mal drücken, bis auch die Schnittstelle verschwindet. Dann gehen wir wieder auf dieses Auswahlwerkzeug I. Und jetzt probieren wir die Hüllkurve. Hüllkurve heißt, wir wollen die Ton, die Lautstärke teilweise verändern. Das heißt, ich drücke das jetzt, die Hüllkurve. Jetzt erscheint oben und unten ein Rand, ein blauer Rand. Und hier kann ich mit der Maus, ich sehe hier, hier ist eine laute Stelle, die möchte ich leise machen. Ich setze hier ein paar Punkte, oder vor der Stelle einen Punkt und hinter der Stelle einen Punkt. Eigentlich zwei Punkte. Immer jeweils zwei nebeneinander. Und ich fahre jetzt herunter. Und das Wunderbare ist hier, bei den letzten zwei Punkten bildet sich eben eine... Wie sagt man da? Eine Fade-Kurve, die nicht ein abruptes Verändern nach sich zieht. Jetzt ist diese Stelle auch gleich laut wie alle anderen. Wie kriegt man die Punkte wieder weg? Die Punkte wieder weg? Okay. Bin ich... Ich bin jetzt wenige gesetzt, ich möchte es wieder von vorne weg... Also einfach mit Rückgänge. Mit Rückgänge, keine zwei Rückgänge. Aber es gibt sicher eine Möglichkeit, die Punkte wieder rückgänge zu... Ich kann sie natürlich gewaltsam jeden Einzelnen herunterziehen. Oder wollen Sie nur die Punkte weg, oder auch die... Nein, ich habe ein und zwei nicht gesetzt gehabt. Ja. Und bevor ich da mal der Handpässe anfangen habe, beginne ich von vorn. Ja. Da habe ich jetzt einfach alles Rückgänge gemacht und jetzt die Punkte neu gesetzt. Ja. Und jetzt... Aber es gibt... Sehr gute Möglichkeit. Aber es gibt sicher auch eine Möglichkeit, einzelne Punkte zu entfernen. Die weiß ich aber nicht. Die müsste ich auch probieren. Einfach schnappen und über den Spurenrand ziehen. Aha, okay. Dann ist es wirklich klar. Und dann loslassen. Schnappen. Schnappen, wenn man erwischt. Ah ja. Hinauf ziehen. Hinauf. Weg ist er. Super, danke. Okay. Ist ja was gelernt. Ja. Dann lernt du das, bitte. Ja, ja, das. Also ich habe von euch mehr gelernt als ihr von mir. Ich gehe sehr reich von diesem Workshop Tonspurenmanagement. Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Spurenmanagement. Da haben wir eigentlich das... Ah, wir schauen uns jetzt diesen Bereich an. Und dazu gehen wir wieder auf F1 oder das E. Löschen, die zweite Tonspur mit Spuren entfernen. Und jetzt habe ich hier oben in diesem Bereich, da steht weibliche Stimme, klicke ich an und da kann ich den Spurnamen auch verändern. Weil meistens ist dort keiner und dann gebe ich eben irgendeinen Spurnamen ein. Dann kann ich diese Spur, das Ganze ist ja Möglichkeiten bis zu 200 Spuren, wo es natürlich in Sinn ist und nie gebraucht werden kann. Aber ich kann die einzelne Spur stumm stellen. Das heißt, ich höre nur eventuelle andere Spuren. Und wenn ich auf Solo drücke, dann wird die Spur hergestellt. Wird sie sichtbar und hörbar. Sichtbar und hörbar. Hier habe ich eine Lautstärkeregelung. Die ändert nur die aktuelle Wiedergabe. Also in dem Moment nicht die Lautstärke des Stückes. Also die Spurlautstärke bleibt deswegen erhalten. Aber nur im Gesamtsystem, wenn mehrere Spuren wiedergegeben werden sollen, im Gesamtsystem wird die leiser gestellt. Das gleiche gilt für Stereospuren. Hier kann man sie nach links und rechts in der Intensität verändern. Und da unten haben wir noch einen kleinen Pfeil. Was machen wir mit dem kleinen Pfeil? Da kann man die Spur etwas kleiner machen. Weil wenn man viele Spuren hat, dann ist es oft, dann tut man die, die man nicht bearbeitet, einfach kleiner stellen. Und mit dem gleichen Haken kann man es wieder größer stellen. Aber das wollen wir auch dann in einem Beispiel sehen. Ich gehe jetzt dann weiter. Den Import haben wir schon. Bearbeiten auch schon. Export haben wir auch schon. Das ist ein Kürzel. Wir werden bei den Übungen weitermachen. Ich möchte, dass wir einen Kingelton produzieren. Einfach aus vorhandenen Dateien wollen wir einen Kingelton. Den tun wir hier reparieren und dann exportieren aufs Handy. Und dort einfach installieren. Das heißt, wir gehen wieder zurück, bis keine Spur mehr da ist. Oder ganz einfach mit Dateien neu. Aber dann fragt er später beim Speichern, wollen Sie dieses Projekt speichern. Wir machen jetzt wirklich ein Projekt. Tun wir das von Anfang an richtig machen. Und tun das Projekt auch als Projekt abspeichern. Das heißt, Datei, Projekt speichern unter. Und wir schauen wieder bei Ihnen. Linux-Tage, was haben wir? Übungsprojekte. Schauen wir im Ordner Übungsprojekte. Und da nennen wir ein Projekt Klingelton. Klingelton. Was heißt das? Was ist der Unterschied zwischen Audio-City-Projekt und Audio-Datei? Das ist eine gute Frage. Jetzt fragt der Computer, sollte eine MP3-Datei gespeichert werden, dann kann man es nicht als Audio-Audacity-Datei speichern. Eine Audio-Datei hat immer die Endung MP3, WAVE, IF oder so ähnlich. Und ein Projekt von Audacity hat immer die Endung auf, Punkt auf. Und so geht das jetzt nicht. Der Unterschied ist, das ist ein Projekt. In dem Projekt werden keine Audio-Datei gespeichert, sondern die holt sich das Projekt von woanders her. Darum darf man da diese Datei nicht verschwinden lassen. Die Grunddatei... Die Grunddatei werden keine Audio-Datei gespeichert. Nein. Die Klingelton ab, also speichern. Ihr Projekt ist leer. Okay. Das ist mir bewusst. Wir holen uns jetzt aus unserem Verzeichnis irgendetwas, und das heißt, einen Ton importieren. Auch mit Umschalten, Steuerung und I möglich. Ich glaube, das ist in einem anderen Verzeichnis. Musik für Klingeltöne. Also Unterlehnungstage, ein eigener Ordner, Musik für Klingeltöne. Und da suchen wir uns, wollen Sie etwas Rockiges oder etwas Softiges? Dann nehmen wir das Rockige. Whatever you want. Das habe ich lange Zeit als Klingelton gehabt. Und biete ich es jetzt an. Und zwar, welche Stelle werden wir nehmen? Natürlich das Intro, das hier erst anfängt. Also das Rockige Intro. Die Qualität ist nicht so wichtig. Die Qualität ist nicht so wichtig. Fehler melden. Wirklich der Kranz. Schauen wir mal in Ihr Verzeichnis. Wahrscheinlich ist der Dateiname. Das ist MP3. Also es müsste gehen. Halt einmal. Dann schließen Sie das noch einmal. Jetzt ist ein Problem aufgetaucht. Er erkennt diese MP3-Datei aus dem Speicher nicht. Er ist nicht vom Stick. Nein, hat er sich die auch schließen? Okay, alles. Und jetzt den Dateimanager. Da sind die Linus-Tage. Nein, das ist ein Briefkasten. Ja. Da die Linus-Tage. Und das sind die Klingeltöne. Ja. Klingeltöne. Jetzt wird er mit der rechten Maustaste. Also wenn man eine MP3-Datei direkt in ein Projekt laden will, dann klickt man das mit der rechten Maustaste und klickt mit Audacity öffnen. So. Ja, öffnen mit Audacity. Vielleicht werden wir das gemeinsam auch noch machen. Er erkennt die Datei nicht. Scheinbar ist ein Fehler in der Übertragung. Sorry. Aber bei Ihnen allen funktioniert es. Wir nehmen jetzt diesen Teil. Also es gibt immer wieder Wege, die noch Raum führen. Das heißt, ich habe das jetzt ausgewählt. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Die erste, die haben wir heute schon gelernt. Das heißt, ich wähle Spuren, Textmarke bei Auswahl hinzufügen und schreibe hin Klingeltöne. Ist das von Ihrer Seite okay? Sollte man das nicht irgendwie verfeinern, dass man es am Anfang leise und am Ende laut macht? Das wäre noch schöner. Dann machen wir jetzt einen Schnitt. Und zwar schneien wir alles weg, was nicht dazugehört. Und jetzt haben wir dann wieder eine Möglichkeit, einmal das, was nicht dazugehört, wegschneiden. Wie könnte ich das machen? Ich habe da oben in der Menüzeile mehrere Symbole. Das eine heißt Ausschneiden. Dann probieren wir das einmal mit Ausschneiden. Ist schon weg. Funktioniert. Gehen wir wieder rückgängig. Ich will Ihnen jetzt nur mehrere Möglichkeiten zeigen. Dann habe ich hier auch eine weitere Funktion. Die heißt Zuschneiden. Probieren wir die aus. Jetzt hat er alles andere weggeschnitten. Nur nicht das Markierte. Also das wollen wir nicht. Jetzt wähle ich die dritte Variante. Die heißt, da steht nichts da. Das heißt Stummstellen. Hier bleibt zwar der Raum erhalten, aber die Information wird weggenommen. Für unsere Zwecke wählen wir jetzt natürlich die erste Variante. Ich wollte, dass ich das wegschneide. Ich habe das jetzt anders gemacht. Ich habe den Glintone markiert. Und dann habe ich die vierte Funktion genommen. Genau, so geht's. Also, der Herr hat ganz richtig gesagt. Das wollte ich Ihnen auch zeigen. Ich markiere das, was ich will. Und drücke auf diese Ziehharmonika. Audio zuschneiden. Jetzt ist es da. Okay. Und jetzt wollen wir das natürlich am Anfang ein bisschen leiser. Was nehmen wir da? Wieder die Hüllkurve. Aber jetzt ist das so klein. Man kann es nicht handheben. Was machen wir? Wir vergrößern es mit der Lupe. So, jetzt schaut es schon besser aus. Jetzt kann ich hier den Anfang mit der Hüllkurve. Ich setze einmal, also ich bin jetzt auch zum probieren. Zwei Punkte und ziehe den einen so herunter. Und das funktioniert. Das heißt, es wird langsam lauter. Das Gleiche mache ich am Schluss. Man muss es wirklich ganz genau erwischen. Jetzt sehe ich aber am Schluss, da sind noch zwei Ausschläge, Laute. Die möchte ich auch noch wegbringen. Daher mache ich das Ganze noch größer. Und jetzt lernen wir eine neue oder eine weitere Funktion kennen. Da unten, unter dem Projektfeld, ist ein Paten, der nur dann aufscheint, wenn man mit der Maus über das hinunter fährt. Also, jetzt ist er nicht sichtbar. Ich fahre mit der Maus über die graue Linie und dann erscheint das Verschiebewerkzeug für das ganze System. Das ist ein bisschen kompliziert, weil man es nicht immer erwischt. Gehen wir schön in die Bildmitte. Ich habe Sie den gelben Rand weggebracht und was hat der für Bedeutung? Wo? Du hast vorhin den gelben Rand und den ganzen Audio-Bereich gehabt. Ja. Und den haben Sie jetzt weggebracht? Nicht bewusst. Ah, okay. Geht es hier auf Rückgänge? Ja, schauen wir mal, ob er wieder kommt. Und er geht weg, wenn man dann auf das I mehr geht. Okay. Ach, das ist die Auswahl. Die Auswahl. Die Hüllkurve. Die Hüllkurve, okay. Das ist dann, raumt alles Geld rein. Okay, das war's. Super. Das rückgängig machen wir rückgängig machen, sonst haben Sie die Abschwächung weg. Ja. Jetzt möchte ich diesen Hacker heraus. Das heißt, es ist noch immer, immer zu klein, um hier was machen zu können. Und jetzt, jetzt ist es aber groß genug, jetzt kann ich hier die Hüllkurve ansetzen. Oder man schneidet es einfach nochmal weg, ne? Das wäre natürlich die sauberste Wirklichkeit. Nein, schaut da oben, darf ich nicht. Aber ich habe jetzt die Spitze noch immer nicht weggebracht. Also, das Beste ist, wir schneiden es weg. Ich finde, das geht dann schon einfacher mit dem Effekt ein- und ausblenden. Ah, super. Dass ich den Bereich eben markiere und damit automatisch. Und dann schaue ich unter Effekte. Genau. Probieren wir das gleich aus. Gehen wir zurück in das normale System. Dann klicken wir an Effekte. Und da gibt es sicher irgendeine Tempo- und Tonhöhe gleitend in. Dann kann es das sein. Nein, ausblenden oben. Ja, aber ich nutze zuerst den Bereich, den ausblenden Bereich markieren. Den ausblenden Bereich markieren. Genau. Effekt. Ausblenden. Ah. Und wenn ich noch einmal drauf drücke, dann geht es noch besser. Super, danke. Jetzt sind wir schon so weit im Detail. Jetzt kann vor sein, dass in einer Aufnahme, die Sie haben, ein Kracher drinnen ist. Nehmen wir an, hier, dieser, das sei so ein Kracher. Wie bringe ich den hinaus? Da gibt es eine Möglichkeit, und zwar, dass man ins letzte Pixel geht. Man spricht zwar hier nicht vom Pixel, aber in die letzte Toninformation, indem man das so groß macht, die Ansicht mit der Lupe. Tun wir mal die Markierung weg. Also wir wollen das so groß machen, dass wir die Punkte sehen. Jetzt ist es soweit. Das heißt, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo das ist. Das ist das Problem. Aber so können Sie, indem Sie hier, im letzten Detail, so einen Punkt... Jetzt habe ich eine Frage. Gibt es Ihnen auch das hier die Möglichkeit, dass man zwischen diesem extremen Zoom, den Sie da jetzt haben, und der Normalansicht hin und her springt? Und, dass man da immer rein- und raus- zungt, dass man praktisch zwei Zoom-Bereiche definiert, zwischen diesen zwei Zoom-Bereichen hin und her springt? Meines wissen es nicht. Ja, war eine super Sache. Das ist irgendein. Ich weiß auch nicht jetzt, wie man kann diesen einzelnen Punkt verändern. Also, ich weiß es jetzt nicht... Ja, markieren. Markieren? Einfach den Punkt markieren und dann... Also, ich mache es persönlich so, wenn es so eine Spitze drinnen hat, dann markiere ich den Punkt und lösche ihn ganz einfach aus. Der ist so kurz, man hört ihn nie. Wenn es also wirklich knackt ist, zum Beispiel, von der Schalkraube, dann einfach die Spitze rausschmeiden und fertig. Okay. Oder mit der Hülpflüge könnte man auch reduzieren. Aber warum geht es bei mir jetzt nicht? Ah ja, genau, mit dem Multiverse. Geht es bei Ihnen, dass Sie diese ein oder zwei Punkte markieren können? Man kann direkt zugreifen. Also, mein Opfer greift es ganz einfach auf den Punkt selbst zu. Es gibt auch den Effekt Reparieren. Wenn man zum Beispiel das an den Haute bringen würde, kann man das mit Reparieren ein bisschen da hinkriegen. Okay. Das ist ein Stift, das Stift-Werkzeig-Stattel. Oder ein Stift, ja. Stift? Ja, das ist überhaupt komplett gestorben. Ah, danke. Mit diesem Stift. Jetzt haben wir auch ein Werkzeug, das ich vorher nicht gekannt habe. Mit dem Stift können einzelne Punkte da, damit können Sie. Genau. Danke. Man kann mit dem Stift ganze Linien ziehen, also da kann man ganze Linien ziehen. Ja. Deshalb, das ist nur ein bisschen. Ja, ich würde das nivellieren. Das ist ja nur eine Zehntelsekunde. Super, gell? Okay. Super Zusammenarbeit. Wir gehen wieder auf ein Normalbild. Wie war das löschen nochmal von einzelnen Punkten? Löschen von, ah, noch einmal. Ich gehe wieder zurück auf diese. Ganz groß machen. Also, das ist ja schon zu groß. Und zwar, Sie gehen auf dieses Werkzeug, den Bleistift hier, Zeichenwerkzeug heißt es, anklicken. Und damit dann entsteht ein Bleistift. Und mit diesem Bleistift können Sie jeden Punkt verhindern. Verschieben. Aber mit Steuerung 1, Steuerung 2 und Steuerung 3 können Sie rein, raus und normal zusammen. Steuerung 1, Steuerung 2, ah. Also, das würde es hin und her springen, genau, das wäre es hin und her springen. Steuerung 1. Wo wollen wir gleich mal Steuerung 1? Ist das einmal die Frage geklärt? Nein. Ich kann den Punkt nicht löschen. Aber das geht gar nicht. Geht gar nicht. Es ist jeder. Das ist das Musikstück hat zwei Millionen Punkte. Achso, das ist ja Fixung. Das ist ja Fixung. Achso. Die sind irgendwo. Habe ich Sie noch viel gesagt auf einen markieren und dann läuft das? Nein, geht nicht. Das geht nicht. Das war E. 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 Bitte nochmal jetzt die Veränderung, und zwar das Zusammenführen und die Lupe eigentlich mit Steuerung 1, haben Sie gesagt. Genau. Also ich probiere jetzt auch Steuerung 1 oder Steuerung F1. Nein, Steuerung 1. Oder Kontroll 1 oder so. Aha. Und Steuerung 2? Das ist normal und Steuerung 3 ist zunter wieder raus sozusagen. Also bei Steuerung 1 zunter rein, bei 2 ist wieder normal und bei Steuerung 3 zunter raus. Jetzt habe ich Steuerung 3 geklickt, das heißt, es wird komprimiert. Steuerung 2. Das ist normal und Steuerung 1. Das ist normal. Das ist normal, aha. Schauen wir mal, ob die Datei da ist. Die ist gar nicht mehr da. Ah, da. Aha, das ist normal. Und Steuerung 1. Aha, da wird es ja gedähnt. Also dähnen heißt Steuerung 1, Normalsteuerung 2 und komprimieren Steuerung 3. Okay. Und E zum Beispiel auf den markierten Bereich, also wenn man sich etwas markiert, ist der maximal größer, in Steuerung F, glaube ich, das ist das gesamte Projekt. Okay, da sind wir jetzt schon bei den Tastenkombinationen. Und zwar, wenn Sie in der Hilfe nachschauen. Was ist da hin? Klappung der Handbuch. Okay, egal wie das auch immer ist, ich habe für Sie die Tastenkombinationen, die in der Hilfe irgendwo zu finden sind, die in Englisch sind, redigiert auf ein zweiseitiges Maß. Das ist auch in Ihrer Datei, schauen Sie bitte jetzt unter Linux 2017, Links- und Tastenkombinationen. Im Ordner Links- und Tastenkombinationen, das Öffnen, da sind alle Links einmal unter Links OTT, einfach herauskopiert. Die Datei, vielleicht ist es da. Ja, das sind die Original-Tasten-Kombinationen, zum Beispiel neue Datei heißt Steuerung und N, also gleichzeitig. Ich habe es dann in Tabellenform für Sie gebracht, und zwar die, die mir immer untergekommen sind und die ich brauchen könnte. Wir müssten nur einen Modus finden, wie Sie die bekommen können. Sind Ihre E-Mail-Adressen evident bei den Linux-Tagen? Aber Sie können Ihren Vortrag auf die Homepage oder sowas geben, oder sowas, das da. Ja, das ist ein Vortrags-Diktum oder sowas. Und dann braucht man Ihren Vortrag nur anklicken und dann sind die da rein dabei. Ja, okay, das ist eine akzeptable Möglichkeit. Ja, okay, machen wir so. Brauchen Sie sonst noch etwas? Dann brauchen wir nur zu Ihnen gehen und Sie können es dann, wenn das vorwärtig sich herunterladen. Dann können wir es dann runterladen. Ja, was kann ich noch anbieten? Wir haben ja etwas begonnen, den Kingelton. Ist das so vollständig für Sie? Weil wir haben ihn nicht exportiert. Man müsste ihn exportieren. Ist okay. Sind noch irgendwelche Fragen? Hoffentlich nicht beantworten kann. Ich habe jetzt mal eine Frage. Mein kleiner Freund hat das Problem, dass er in meiner Videocamp immer wieder davonläuft. Das Problem ist die Aufnahme. Also die Aufnahmerequenz von 44.100 kHz wird 48.000. Ein Freund von mir hat das schon probiert. Ich habe es jetzt bei Audacity nur theoretisch mal ausgetestet, noch nicht wirklich ausprobiert. Hilft es, wenn ich über Audacity beginne, das umzurechnen, dass die Geschwindigkeiten sozusagen angeglichen werden? Das ist die Aufnahmefrequenz. Die Aufnahmefrequenz, ja. Samplarate heißt das. Bin ich überfragt. Tut mir leid. Gut. Haben Sie auch ein Videoschnittprogramm in Verwendung, das Sie empfehlen können? Ja, empfehlen kann ich es nicht, weil ich selber noch geht es mir noch eher als bei Audacity. Das heißt CadenLive. OpenShot. OpenShot, okay. OpenShot, auch für Linux. Auch für Linux. Auch für Linux, Gott für Linux. Das heißt, ich kann dann diese Spur, die ich da erzeugt habe oder sowas, könnte ich dann rein importieren oder sowas. Okay. Also für Sie auch ein Videoprogramm. Okay. Da kann Widerschritten auch. CadenLive und OpenShot. OpenShot ist gut. Ist gut. Wenn wir schauen, vielleicht brauche ich mich weniger ärgern. Ja, meine Damen und Herren, Damen, leider keine. Es war wirklich eine Freude für mich, mit euch zu arbeiten, weil ich mehr gelernt habe, als ihr vielleicht. Aber schön, dass ihr alle mitgearbeitet habt und da wart. Danke, vor allem für diese super Mitarbeit und alles Gute. Leute. So. Können Sie die Teilform? Ich bin eh noch da. Da kommt Ihr Aufnahmegerät. Sie kontrollieren sich da immer selbst oder sowas. Das habe ich da eingeschmacht. Das ist mein Handy. Drücke auf die Aufnahmetaste. Importiert das in Audacity. Spezielle iPod oder sowas? Nein, gar nichts. Der Rekorder. Der Rekorder, okay. Schaut so aus. Diktiergerät. Okay. Qualität gar nicht schlecht. Und das nimmt das als MP3 oder so? Der hat ein anderes Format, aber Audacity erkennt. Und das könnte man dann umwandeln, was ich schon sagen. Und dann von, ich tue so vom Audacity in MP3. Und das, was ich immer wieder hören will, das kommt dann wieder zurück. Okay. Die Frage ist, ob man, wenn man von einer Wave-Datei oder von einer ZD etwas auf MP3 umwandelt, ob das irgendwie geschützt ist. Nein, das wissen Sie nicht. Nein. Sie können alles bewegen. Alle Apple 3. Sie können es für eigenen Bedarf. Urheberrechte natürlich müssen Sie wahren. Für eigene Zwecke verwenden. Da gibt es keinen Schaden. Aber es gibt ja alles. Sie können ja alles herunterladen von YouTube. Das ist ja für mich auch eine ganz klasse Musikquelle. Und alles, was von YouTube kommt, ist eigentlich für mich? Ist eigentlich für mich legitim. Jetzt macht es Ihnen jetzt keine Prübung. Bitte. Sind Sie verwandt mit dem Jazzmusiker? Nein. Der heißt auch Busch. Das wusste ich gar nicht. Ich kenne nur Leisogespieler. Nein, ich glaube, die gibt es auch aus Kärnten. Ja, ist ja auch aus Kärnten. Aber dann zeige ich Ihnen das. Wir schauen ins Projekt, Auticity. Und nehmen wir einmal die Datei importieren wieder. Das zweite Musikstück. One Way Wind. So, wo kommt das Way? Da kommt eine Stelle. Way of Low. Schauen wir gleich. So, we walk too long on the seaside. So, jetzt kommt eine Stelle. Ich singe einfach die zweite Stimme dazu. Und nehme sie auf. Und dann mische ich beide zusammen. Oder ich höre einzeln. Bitte, wie ich da auf Qualität achte. Also, dort wo der Cursor steht, beginnt die Musikaufnahme. Musikaufnahme. So, jetzt habe ich sie genug gequält. Und jetzt schauen wir, wie können wir das beides anhören. Wieder mit der Wiedergabetaste. Musik Und jetzt nur meine Stimme. Das ist zwar nicht schön, aber es ist für Sie zu merken. Das ist nicht, wie es geht. Das geht. Das erfüllen Sie das Werk, ja. Da wird es eigentlich interessant. Da wird es interessant. Ich habe es nur für Sie gemacht, sonst mache ich das mit Kopfhörern. Und daher, durch diese Stummstellen der einzelnen Spuren und Solo, kann ich genau auswählen, was ich hören will. Ja, gute Frage. Ich erzähle Ihnen gerne, ich habe viel Zeit, was Sie noch wissen wollen. Wenn Sie zum Beispiel das Neu aufgenommen von Ihnen, Lautstärke dringend, zum Beispiel, an das Handeln anpassen wollen. Okay, machen wir. Sodass das eine Harmonie ergeben wird, dass das Handeln zu leise oder das Handeln zu laut ist. Genau, machen wir gleich. Ich tue jetzt das in einem Monospurum, verhandeln, das obere, damit man besser sieht. So, das ist jetzt ein bisschen laut. Was mache ich? Ich markiere es. Man sieht zum Beispiel an der Optik schon, dass das, was Sie gesungen haben, deutlich dynamischer ist als das Original. Ja. Wir sind ja heute, habe ich keine Effekte dort auf meiner Liste. Und der Effekt, da kann ich etwas, habe ich zwei Möglichkeiten. Verstärken, unter Verstärken habe ich einen Schieberegler und kann das um bestimmte, nur 50 Prozent, oder 50 dB ist ein bisschen zu viel. Tun wir es um 20 dB, also Geräuscheinheiten verminden. Die zweite Möglichkeit zeige ich Ihnen auch, weil die sehr begrenzt ist, das Verstärken da unten. Das ist der Leveler. Da kann man verschiedene Grade verwenden. Und ich tue es jetzt wieder ein bisschen verstärken. Dann rechne ich da um. Jetzt ist es noch immer zu wenig, gebe ich Ihnen noch ein Schäuferl nach und ein Leveler, sehr stark. Jetzt ist das auf, weil markiert. Okay, Sie sehen, markieren heißt, mit dem geschieht was. Und wenn nichts markiert ist, geschieht nichts. Das ist eben das Lehrgeld, das man zahlt. Dann gibt es ja die Rücktaste. Super, Rücktaste. Wie viele Schäuferl kann man rückgehen? 50. Also, es sind mir bekannt, ich habe sie noch nie gebraucht. Aber das ist wirklich klasse. Man macht oft einen Fehler und dann Rücktaste. Und der Leveler war jetzt diese Anpassung der Lautstärke? Lauter oder leiser? Für den gesamten markierten Bereich? Gibt es noch Fragen? Dann sind Sie entlassen. Das war wirklich eine Freude. So, danke. Vielen Dank. Danke vielmals. Bitte. Danke. Wer mich anrufen will, eine Frage hat, gerne. Ich schreibe Ihnen meine Nummer auf. Das ist etwas größer. Ich habe auch einen Anruf beantwortet, also ich rufe dann. Fragen Sie nur, auch das, wie ich das sagen kann. Ich rufe dann. Ich rufe dann. Ich rufe dann. Das ist etwas größer. Das ist etwas größer. Ja. Dankeschön, Wiederschein. Wiedersehen, danke auch. Und mit dem Kopfhörer war einfach eins, dass dazu, wenn wir uns gesungen haben, dass das im Hintergrund gelaufen ist, und der Freunde, den Kopfhörer ansteht, ist der Ton. Der schaltet den Ton weg, wiedersehen. Das geht automatisch, da fahre ich das nur anstechen. Wie haben Sie das aus? Und nun zeige ich, wie Sie das gesungen haben. Das ist mein internes Mikrofon. Das ist da oben. Ah, okay. Also das haben Sie direkt mit aufgenommen? Mit der. Ja, nicht inzwischen, in keiner Datei. Also direkt in die Datei? In die Datei, es ist die. Aber das hat jetzt gar nicht mitgekommen. Wenn wir jetzt auch gedacht haben, wirst du es mit dem Handy auf und spüren, das dann dazu? Ja. Sie singen das direkt? Ja. Das ist gut. Ah, okay, danke für mich, Peter. Jetzt kommt hier aber ein Turscht. Ich habe schon gerne in YouTube. Ja, du und du da wärst. In Deutsch. Aber das ist die, du da bist in Deutsch. Super Sache. Nein, sonst hätte ich heute keinen Vortrag. Da habe ich mein Westen. Und da, da finden wir wahrscheinlich die 100.000 Euro. Und da haben sie speziell keinen Eintritt zu. Nein, da kommen immer die Ersten. Und das ist ein Ressens. Okay. Und wie haben Sie das selber entdeckt? Nein, ich glaube, im Zuge der Umstellung auf Linux habe ich irgendwas gesucht. Okay. Ich glaube, das ist unter Windows eigentlich auch. Da gibt es eine Windows-Version für den auch. Ja, da kann man unter Windows auch. Ja, das ist super. Also bei dem, das hätte ich ja zeigen wollen, der Download ist für Mac, für Windows gut. Aber das ist ja der Link da. Ja, der Link da. Genau. Ja. Da kriegst du die drei Pläne. Das habe ich ja auch aufgestellt. Super Sache. Vorher haben Sie gesagt, ob Sie das Magix verwendet haben? Magix. Ja. Soundbetruchte Musikstudio. Wofür? Bis 2000. Das ist nicht vergleichbar. Es ist benutzerfreundlicher. Es ist optisch. Obwohl sie lernen. Ja, ich verstehe. Aber das, die Teilnahme, das haben Sie nicht kennengelernt. Obwohl Sie gesagt, wann macht es denn das? Nein, es ist nicht im Programm. Und da haben wir Frauen, dann ist es. Es geht nicht mehr zurück. Und da haben Sie ja nicht gesagt, eine Waff-Datei ist qualitativ. Ja, das ist ein Zehn. Das macht es einmal so zu speichern. Wollte ich gerade sagen. Das ist ein Zehn. Das ist ein Zehn. Und man macht es für ein Haus. Ich glaube, dass man ein Schildobitz mit Waffen oder MP3 hat. Wahrscheinlich nicht. Wenn man, wie gesagt, man weiß nicht, wenn man das von 4CD... Das ist eine sehr gute Anlage. Die hohe Kampel. Also da braucht man das Gehör dazu. Ich habe das Gehör nicht, dass ich das... Aber man soll schon abstimmen, wenn eine super Anlage ist, super Kopfhörer, dann soll er auch reif sein. Ja, 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 okay. Und das ist doch genau ein Unterschied. Das sind das einfach viel mehr, viel mehr Informationen.